und dann würde ich sagen von meiner seite von punk fisch aus herzlich willkommen heute reden weder dominik noch ich wir reden ja meistens sondern heute haben wir einen unserer lieblings gäste zum thema ökologie fische korallen alles was da so im wasser lebt thomas der kennt sich damit nämlich einfach so viel besser aus dass ich viel lieber mich zurücklehne und ihm einfach zuhöre und mal wieder selber ein bisschen was vielleicht kann ich mir diesmal wieder ein bisschen was davon merken viel bleibt bei mir da bei diesen themen leider immer gar nicht hängen aber anhören tue ich mir das immer wieder sehr sehr gerne weil eigentlich ist es voll spannend ich freue mich also sehr und nämlich zurück und lass dich reden thomas vielen dank für die vorschusslore bären und herzlich willkommen zu einem der spannendsten themen der meeresbiologie korallen bund große breitwand fotos von glitzernden korallen riffen aber damit werde ich zumindest gleich am anfang nicht dienen können denn man sieht hier ein aquarell vor etwa 150 jahren gemalt mit ganz vielen korallen und was es damit auf sich hat dazu komme ich im weiteren verlauf denn ich möchte mir heute mit euch gemeinsam angucken oder den fragen stellen was sind korallen und gibt es korallen im ostatlantik speziell von meiner lieblingsinsel und wie vermehren sich korallen denn das ist bis vor man kann sagen wenigen jahren noch sehr rätselhaft gewesen es gibt auch heute noch rätsel die damit verbunden sind die von der wissenschaft nicht gelöst sind wir wollen abtauchen in einem ökosystem korallen riff und uns das zusammenspiel der verschiedenen faktoren mal anschauen und uns natürlich leider muss man immer wieder dazu sagen auch anschauen was heute die riffe die korallen riffe und dieses einzigartige ökosystem bedroht das alles natürlich mit dem hintergrund einen schlupper blick zu werfen in den ssi kurs koral identifikation wird zwischendrin ab und zu darauf zurückkommen habe aber aber nicht den anspruch hier sozusagen die gesamte kurs theorie durchzunehmen und natürlich auch ab und zu so ein bisschen über den tellerrand zu gucken und vielleicht den noch breiteren blickwinkel auf die marine ökologie und den ssi kurs oder die sammlung von ssi kursen die dann unter dem begriff marine ecology subsumiert werden da einfach mal einzuschnuppern und ich mag vielleicht damit nerven aber es ist einfach viel zu schön für einen einstieg nämlich shakespeare aus einem berühmten theaterstück der sturm ariel song der ist nämlich einer der ersten schriftsteller der ersten modernen schriftsteller die von chorallen reden und zwar davon dass ein gebein dass eine leiche dass ein gestorbener mensch zu korallen wird und das ist doch etwas merkwürdig und lässt vielleicht den spannungsbogen ganz wunderbar beginnen wir werden uns anschauen warum shakespeare ausgerechnet auf korallen als leichen über bleibsel war aber anfangen möchte ich wie immer mit dem blick auf den gesamten baum des lebens hier rechts ein bisschen abgebildet die entwicklung des lebens die entwicklung der fauna die aus dem wasser kommt teilweise ins wasser zurückgegangen ist und der entdecker der evolution der entwicklungsgeschichte des lebens hat einmal gesagt der baum des lebens sollte eigentlich gar kein baum genannt werden sondern sollte eine koralle genannt werden und wir werden in den kommenden etwa 45 bis 60 minuten glaube ich verstehen warum charles darwin das so festgehalten hat dass die koralle eigentlich der beispielorganismus für die entwicklung des lebens korallen was sind korallen das hat man bis vor etwa 200 230 jahren nicht wirklich gewusst trotzdem haben sie menschen immer mit korallen umgegangen und gerade diejenigen die namen mehr gewohnt haben haben sich immer wieder die frage gestellt was sind korallen in der mythologie spielen sie eine rolle als das blut der medusa die von perseus umgebracht wurde um seine geliebte andromeda zu befreien und das blut der medusa die man nicht anschauen konnte weil sie so schrecklich aussah dass ist bei diesem prozess ins meer und aufs ufer getropft und zwar insbesondere auf seetang und dieser blutgefärbte seetang der würde zu stein und von den nymphen überall in den meeren verstreut aber relativ früh der berühmte griechische philosophe philosoph aristoteles und seine naturforscher brüder theophrast und später plinius haben korallen als pflanzen definiert und das glaubte man bis vor wie gesagt 200 etwa 230 jahren dass es sich hier um eine besondere form von pflanzen handele und hat die korallen auch entsprechend biologisch eingeordnet wenn man schon von einer biologie als wissenschaft in dem zusammenhang reden kann aber ein französischer forscher nämlich der jean andré personel der hat eindeutig das erste mal festgehalten dass die korallen biologisch zu den tieren gehören das war eine absolute sensation damals auch weil es mit einigen beobachtungen verbunden war was an korallen als tier spezifisch ist nämlich unter anderem dass sie kolonien bilden dass sie knospen dass sie sich also nicht nur sexuell sondern auch asexuell formieren und der begründer des modernen systems oder der systematik der biologie nämlich karl von linné hat die korallen dann schon als tiere in seiner systematik eingeordnet aber noch so ein bisschen unsicher nämlich als würmer als dermis das hat sich geändert mit besagtem charles darwin und dem man nennt ihn häufig den deutschen darwin rechts die fotos gerade der herr hecke hat ein skelett hinter sich weil er auch die darwinsche these dass der mensch vom affen abstand sehr unterstützt hat die haben ein eindeutig noch mal nachgewiesen korallen gehören ins reich der tiere der animalia sie bilden einen eigenen stamm nämlich die knidaria und die tiere die wir im deutschen als korallen bezeichnen kommen aus zwei klassen dieses stammes die daria nämlich aus dem antozor deutsch auch blumentiere genannt und aus den hydrozor wobei man sagen muss dass bei den hydrozor nur eine einzige ordnung tatsächlich zu den korallen gehört wie wir sie im deutschen verstehen denn korallen sind nicht nur riff bildende organismen wird nachher einige zeigen die risse bilden aber eben auch tiere die nicht unbedingt in einer riffgemeinschaft zusammenleben beziehungsweise riffe also kalk ablagerung kalk konkremente ja und hier sind wir schon bei der auflösung der aquarelle diese aquarelle hat nämlich der ernst hecke diese blumentiere in klassen unterteilt hat und als biologische organismen das erste mal sehr genau beschrieben hat sehr detailliert beschrieben hat hunderte von arten entdeckt hat und von von gattungen der hat diese bilder gemalt es gab als er diese bilder angefertigt hat und eine forschungsreise nach ägypten ins rote meer unternommen hat gab es nämlich zumindest auch keine farbfotografie und er hat auch noch mal ganz entscheidend bei der anatomie der korallen geforscht und den magen nachgewiesen und entsprechend festgehalten das müssen wirklich tiere sein weil pflanzen mit magen gibt es nicht aber man muss sich das vorstellen das gehört mit zu den schönsten zeichnungen dies in der biologie geschichte gibt er hat nicht mit einer taucher brille nicht mit einer mit einer unterwasserkamera sondern wirklich mit aquarellfarben blöcken und einem holzkasten mit einer glasscheibe drin die tiere untersucht und in seinen zeichnungen festgehalten wer nicht nur an meeresbiologie sondern auch an kunst interessiert ist dem empfehle ich dringend mal einen blick in die auch heute noch verfügbare ausgabe über die arabischen korallen wunderschöne zeichnung und zeigt dass ausgezeichnete wissenschaftler auch ganz wunderbare künstler und maler sein aber zurück zu den knidaria zu den nesseltieren wie gesagt ein füllung ein stamm in der biologischen systematik und dieser stamm besteht aus vier klassen die sich in den vergangenen vermutlich 800 millionen jahren ausdifferenziert haben die tubo zur die würfel qualen die skiffo zur zu denen gehören etliche große qualen abend wie die wie die königs qualen und einige andere und dann die antozor und die hydrozor also die antozor die eigentlichen blumentiere die wir vermutlich als erstes auch als koralle bezeichnen würden wenn wir sie im aquarium oder unter wasser sehen und die hydrozor zu denen unter anderem die meist fälschlich so genannten süßwasser korallen gehören die hydras aber auch solche medusen und quallenarten wie die portugiesische galere der man im ozean selbst wenn man mit neopren geschützt ist besser nicht begegnet weil sie über extrem gefährliche nesselfäden lange und gefährliche nesselfäden verfügt und das verbindet all diese tiere die besagten messelzellen für die biologisch besonders interessierten hier einfach nur eine zwischen folie ich will das nicht weiter kommentieren aber es ist nach wie vor nicht so richtig klar wie man stammesgeschichtlich die nesseltiere und insbesondere die ganz frühen klassen dort unterscheiden kann was die sozusagen an biologischen eigenschaften neu erworben haben das ist ein auszug der den aktuellsten stand vermutlich in dieser diskussion wieder gibt der uns aber heute abend nicht weiter interessieren muss es sei denn es gibt fragen dazu schauen wir uns die glieder und insbesondere die korallen oder korallen artigen organismen einfach mal genauer an viele nicht alle viele korallen sitzen erstmal scheinbar fest auf dem boden deswegen man sie lange eben auch für pflanzen gehalten hat und korallen haben nesseln gut ist bei nesseltieren zu erwarten da kommen wir aber später noch dazu denn dazu gibt es einige wirklich spannende geschichten die man erzählen kann und wissen sollte aber was haben diese tiere stammesgeschichtlich neu erfunden die sind nämlich auch wenn sie das komisch anhört stammesgeschichtlich gar nicht mehr so weit von uns entfernt die haben die ersten muskeln gebildet das heißt sie können körperbewegungen steuern auch mit einem nervensystem es gibt bei den korallen tatsächlich auch erste beispiele für ein bilaterales nervensystem für ein zweiseitiges nervensystem wir menschen es auch haben und alle höher differenzierten höher entwickelten organismen diese muskeln nennt man mesenterial filamente aber sie haben de facto genau eine solche funktion und funktionieren biochemisch übrigens auch ganz ähnlich diese bewegungsorgane können gesteuert und koordiniert wird das ist ganz wichtig also die primitiveren tierstämme wie beispielsweise die schwemme die können das de facto nicht die strudeln einfach ein bisschen wasser durch ihren körper korallen können jagen auch gezielt jagen gezielt ihre nahrung nämlich meistens phytoplankton und zooplankton aus der wassersäule fische korallen haben ein äußerst differenziertes fortpflanzungssystem wir schauen uns das gleich bei dem thema korallen blüte noch genauer an aber die haben nicht nur eine lebensform sondern die bilden eine eigene lauf und form bei den hydrozonen haben die sogar drei phasen in denen sie mit denen sie fortpflanzen und dabei werden teilweise recht große fallen wie wir auf deutsch sagen würden recht große medusen gebildet und korallen haben ein skelett entweder eine basal platte die in acht oder sechs segment aufgeteilt ist und aus kalk gebildet wird analog kann man fast sagen zu denen zu den knorpeln und knochen der höher entwickelten organismen die weich korallen die haben statt eines echten skeletts ein gerüst aus kalkkristallen dass sie in form hält also eine ganze reihe von entwicklungsschritten hin zur entwicklung höheren lebens den wir von den korallen im wahrsten sinne des wortes gehabt haben wie gesagt die eigentliche bezeichnung für die deutschen oder die eigentliche biologische entsprechung des deutschen begriffs korallen riff bildende korallen sind die steinkorallen und die feuer korallen die aber in der tat zwei unterschiedlichen klassen angehören wie eben schon gesagt und bei den hexakorall ja oder den sechs strahligen blumentieren gibt es noch ein paar andere arten die man aber wenn man sagt wir betreiben korallen kunde meeresbiologisch erwähnen und gleich auch zeigen sollte das sind nämlich die see anemonen das ist die berühmte und beliebte schwarze koralle und ihre in der tiefsee teilweise in der tiefsee lebenden verwandten sind die zylinder rosen die scheiben anemonen besagte steinkorallen die scleractinia die die großen riffe in der karibik im roten meer in great barrier for australien bilden und die krusten anemonen und die weich korallen oder ohne ein festes kaltskelett ausgerüsteten korallen die lederkorallen oder weich korallen die helioporacea die müssen uns heute nicht so interessieren die sind sehr selten und die see federn die tatsächlich so aussehen als hätte man eine feucht gewordene feder in den meeresboden gesteckt und wie gesagt von der von hydrozor gehören zum zur deutschen begrifflichkeit korallen nur die feuer korallen als eine von sechs ordnungen schauen wir uns einfach mal an was wir davon sehen können vor la palma sehen können denn das ist die antwort auf die frage gibt es im ostatlantik korallen gibt es vor la palma korallen und ja es gibt grob gesprochen von den riff bildenden korallen rund zwei dutzend arten die vor la palma vorkommen die man als taucher dort sehen kann und zwar in einer tiefe zwischen 5 und 40 metern und zu denen gehören die steinkorallen die ich hier grund zeige nämlich einmal die afrika chorale afrikaner wird sie ja ich sehe gerade im chat auch tiefer aber das ist dann mehr was für die techies zu den tiefseekorallen kommen wir gleich noch musikana wird sie und die die ebenfalls zu den steinkorallen gehörende hario fühler die in ihrem namen den namen eines wissenschaftlers tragen der viel mit den korallen zu tun hat es ist nicht selber gefunden und bestimmt und validiert der aber für taucher nicht ganz unwichtig ist wenn es um ein anderes thema nämlich das thema fischbestimmung und auch bestimmungen niedriger tiere geht das ist der peter wirts der viele jahre eine biologieprofessur in madeira inne hatte und zu einem ehren haben zwei andere große meeresbiologen von der universität in teneriffa universität laguna nämlich vor allem der ich glaube alejandro hieß er mit vornamen brito diese korallen nach peter wirts benannt man kann ihn wunderbar sehen einige der beliebtesten tauchplätze vor la palma malpique beispielsweise las cabras aber auch vor dem stand von puerto naos kommen die in einer tiefe zwischen fünf und 15 meter vor brauchen nicht viel licht deswegen findet man sie häufig auch am dach von höhlen oder überhängen und echte rift bildende steinkorallen die wassertemperaturen reichen noch nicht für eine kalkproduktion um ein echtes rift zu bilden aber man kann diese kalk ablagerung um die einzelnen polypen herum sehr deutlich sehen und hat tatar echte korallen vor la palma also auch korallen im engeren sinne als rift bildende korallen ebenfalls nach nicht nur nachgewiesen sondern sogar in dem ich den kanaren wie man ihrem namen auch entnehmen kann kanaria kanariensis die kanarische koralle ist eine strahlige weich koralle vor malpique vor las cabras teilweise ganze wiesen davon die sehen ein bisschen aus wie helles see gras kann man fast sagen weil sie sehr flexibel sind sich teilweise auch in der dünung bewegen ist aber keine pflanze ist eine achtstrahlige weich koralle die auch nur vor den kanaren vorkommt und auch nur dort bisher validiert worden ist dann meine persönliche lieblings koralle die übrigens keine gorgon hier ist manchmal taucher diese sehen sagen wir haben schwarze gorgonien gesehen das ist ein schöner name aber biologisch nicht ganz korrekt das ist eine eigene ordnung der sechs strahligen korallen die gerne auch in größeren tiefen ist man sieht sie oberhalb von 30 35 meter eigentlich so gut wie gar nicht aber die bildet richtig gehende wälder sie ist von außen gesehen meist er geld und besteht aus vielen vielen tausend einzelnen politen und das ist eine der eigenschaften der faszinierenden eigenschaften von korallen dass sie eben nicht nur als solitäres tier als individuum vorkommen sondern zum überwiegenden teil sogar kolonien bilden und ein solcher korallen baum einer schwarzen koralle ist tatsächlich nicht das produkt eines einzelnen tieres sondern viele tausend kleinerer tiere einzelner polyten und diese schwarze koralle koralle antipatella valostoni hat eine weitere faszinierende eigenschaft sie wird nämlich uralt von der schwarzen koralle kenne ich keine exakte altersbestimmung aber ein nah verwandter von ihr der zur selben ordnung gehört gehört zu den ältesten lebewesen die jemals nachgewiesen worden sind komme ich gleich in einem nebensatz noch mal drauf und da sind wir bei shakespeare eine weitere weich koralle die unter anderem shakespeare inspiriert hat und die wie man bis tief ins 17 jahrhundert hinein tatsächlich für das überbleibsel ertrunkener seeleute gehalten hat das ist kein witz die tote manns hand interessanterweise übrigens in ganz europa habe ich nur mal deutsch englisch spanisch als beispiel genannt aber die heißt tatsächlich tote tote manns hand oder tote seemanns hand in den umgangssprachen in ganz europa heißt an dieser geschichte an dieser geschichte muss entweder was dran gewesen sein was natürlich nicht der fall ist oder das war so eindrucksvoll dass sie die runde in ganz europa gemacht dann das was unerfahrene taucher manchmal als elektrokabel interpretieren die daraus ragen hatte mal den fall dass mir jemand erzählt hat er hätte also die elektrokabel der u-boot abhörstation die es vor puerto naos mal gab aus dem riffragen sehen das hat er nicht denn auch das ist eine koralle manche auch auf deutsch peitschengorgon genannt fälschlicherweise es ist keine gorgonie oder auch eine dörnchen chorale was auch nicht richtig ist diese peitschengorallen bestehen ebenfalls aus vielen tausend einzelnen kleinen polypen die über ihre gesamtlebensdauer diesen ja tatsächlich leitungs oder drahtartigen kolonie kolonie farben bilden und man kann das auf der mittleren aufnahme recht gut sehen die weißen spitzen dieser roten polypen das sind ihre tentakel das sind ihre fangarme und jedes dieser kleinen roten gebilde ist ein einzelnes tier sie bilden aber gemeinschaftlich unter anderem durch die kalkabscheidung diese korallen kolonie lang eines der auffälligsten korallen tiere vor la palma nämlich die keulen anemone telma taktis kommt in den verschiedensten farben vor und interessanterweise auch wenn sie das licht scheut man sieht sie häufig zusammen mit der weißband putzergarnelen was bedeutet dass sich auch die koralle möglicherweise an den nahrungsabfällen der putzergarnelen gütlich tut und die aus dem wasser wasser fisch das ist jedenfalls auffällig dass diese korallen art wenn ich sie denn etwas verallgemeinernd im deutschen so nennen darf dass die sehr häufig mit denen mit den weißband garnelen zusammen vorkommt es gibt allerdings ich habe vor diesem abend noch mal nachgeguckt es gibt keinen keinen biologischen fachaufsatz dazu ob hier eine mutualistische oder symbiontische beziehung herrscht werden im durchmesser bis zu 20 zentimeter groß und sind wenn man sie in den felsspalten sieht meistens ein farbrächtiges spektakel und dann die vielleicht schönsten korallen neben der schwarzen rolle nämlich und die wird zu recht so genannt die rote gorgonie es kommt durchaus vor dass taucher die die sehen sagen wir haben eine echte koralle gesehen haben eine echte schmuck koralle gesehen das ist nicht der fall die sehen einander sehr sehr ähnlich kommen aber aus völlig unterschiedlichen bereichen im stamm der knidaria die rote gorgonie wächst in tiefen zwischen 10 und 35 meter von la palma habe ich sie häufig zwischen 10 und 15 meter gesehen sie steht meistens nicht so frei wie auf diesen beiden wunderschönen fotos sondern hat auch ganz gern etwas schatten deswegen lohnt es sich da unter den einen oder anderen überhang mal zu schauen die schmuck koralle oder auch manchmal auch echte koralle genannte korallium rubrum als auch tiefrot ist aber deutlich härter und der kalk diese schmuck koralle verfärbt sich nicht deswegen tatsächlich dieses intensive rot auch hält und deswegen als schmuckstück besonders begehrt ist man sieht sie heute fast ausschließlich in unseren beiden fast ausschließlich nur noch im mittelmeer und sie ist aufgrund dieser intensiven bejagung leider gottes auch sehr selten geworden also wenn ihr eine schmuck koralle noch seht nicht zu laut rum erzählen weil sie ist möglicherweise kurz danach sonst nicht mehr da für echte rote koralle werden heute witzige sammlerpreise und auch immer noch schmuckpreise bezahlt und vernünftigerweise ebenfalls machtvoll anzuschauen und sehr häufig kann man sagen es gibt kaum einen tauchgang voller palmer wo man keine zylinderrose sieht und auch wenn hier ein organismus dawns anemone heißt auf deutsch dann ist das keine anemone zu denen kommen wir noch sondern das ist eine zylinderrose die häufig gerne in der nähe auch von schwämmen sind also hier die anemonia melanasta die lebt insbesondere gern in den goldschwamm kolonien und die dorns anemone die kommt bis in direkte strandnähe heran da muss man beim betreten des wasser teilweise aufpassen dass man nicht auf die tiere tritt die sind auch gerne nacht aktiv das heißt die sieht man vor allem bei nachttauch gängen und gehören wie gesagt ebenfalls zu den korallentieren dann voller palmer sieht man sie nie als so häufig aber wer beispielsweise an der algarve vor vor portugal mal getaucht ist der wird kaum um eine begegnung herumgekommen sein eine der der witzigsten wenn man das so sagen kann witzigsten arten die vor allem symbiontisch lebt nämlich auf den schneckengehäusen die sich einsiedler krebse suche und die einsiedler krebse adoptieren diese anemone die kalliaktis und tragen sie auf dem schneckengehäuse mit sich herum und man hat relativ früh natürlich erkannt dass es eine symbiose war eine ganz spezifische form des zusammenlebens von zwei organismen ist nämlich ein siedler krebs und besagte anemone aber die frage ist wer profitiert wer symbiotisierte das mal auf falschem deutsch zu sagen darf hier eigentlich mit wem und by the way wie hoffen die anemonen auf denen ich übertreibs mal bildlich auf dem kopf des krebs ist das aussieht als würde der mut rumtragen nun können anemonen anders als andere korallen tatsächlich wandern ich habe unten mal eine zeichnung eingefügt unten rechts und tun das unter anderem auch zu vermehrungszwecken die können sogar wenn gleich auch nur kurze strecken schwimmen indem sie nämlich ihren bauchraum das wasser ihres bauchraums ausstoßen sieht dann so ein bisschen aus wie eine wie eine plumpe sepia wieder schwimmt aber das ist anders als der lateinische name sagt kalliaktis parasitika eben kein parasit sondern die hält dem einsiedler krebs durch ihre nesselzellen den rücken frei im wahrsten sinne des wortes und profitiert natürlich durch nahrungspartikel die der einsiedler krebs übrig lässt und profitieren davon dass sie einen erheblich größeren lebensraum zum zwecke der vermehrung und zum zwecke der nahrungsaufnahme bespielen können als sie das ohne den stets umherlaufenden krebs können das wirklich faszinierende finde ich ist dass man vor nicht allzu langer zeit beobachtet hat dass die einsiedler krebse teilweise tief nach dem kalliaktis anemonen suchen und sich die aktiv mit ihren scheren aufs gehäuse setzen das heißt das scheint eine sehr innige symbiose zu sein die auch schon in das wahrnehmung genetische wahrnehmungsprogramm des einsiedler krebses eingang gefunden dann sagen jetzt alle naja gut also die anthozor die gibt es vor la palma aber die feuerkorallen die fehlen und das war bis vor wenigen jahren auch der fall tatsächlich sind inzwischen zwei feuerkorallen arten vor la palma nachgewiesen wort schuldigung auf den kanaren nachgewiesen wort ich bin mir sicher sie auch vor la palma bereits einmal gesehen zu haben an einer ganz bestimmten stelle und das ganze ist natürlich dem klimawandel geschuldet oder wenn man nicht an den klimawandel glaubt zumindest der erhöhung der wassertemperatur die sind offenbar wie eine andere invasive art ich gleich noch vorstelle sind offenbar nicht als ganze organismen sondern deren larven in ballastwasser oder an schiffsrömpfen bis nach teneriffa und ferdventura gekommen wo man sie zuerst gefunden hat und fühlen sich dort durch die hohen wassertemperaturen so wohl dass man sie dass sie sich tatsächlich zu kleinen kolonien zusammengetan haben und hier ein erstes kleines rift bilden keine feuerkoralle aber eine steinkoralle und auch eine invasive art die offenbar schon zumindest auf teneriffa und gran canaria erhebliche kolonien gebildet hat ist die orange sonnen koralle die tubastrea die gehört zu den zu den steinkorallen und ist jetzt vor wenigen jahren 2017 war die erste sichtung auf den kanalen nachgewiesen worden ich bilde mir ein dass ich sie vor las cabras im januar gesehen habe aber da ich nicht die kleine kolonie dort abschaben und und das mikroskop gelegen wollte habe ich noch keine echte validierung würde mich allerdings angesichts der starken verbreitung auf den anderen eben genannten kanarischen inseln nicht wirklich wundern wenn die inzwischen auch ihren weg bis nach la palma gefunden hätte die sonnenkorallen gehören übrigens zu den korallen die keine algen als partner brauchen da kommen wir gleich noch drauf die bekommen ihre färbung tatsächlich durch farbstoffe die sie aus der nahrung aufnehmen und zwar insbesondere kleinen krebsen und gar mehr so das war mal kleine kleiner tauchgang zum thema korallen vor la palma aber zurück zum größeren thema nämlich was sind korallen eigentlich wie haben die sechs bis 800 millionen jahre überlebt und was für fähigkeiten haben wir ausgebildet die sie heute so besonders und auch so besonders wertvoll machen wenn es darum geht ganze abitate ganze ökologische lebensräume zu dominieren beziehungsweise überhaupt erst zu bilden korallen sind killer korallen sind absolute killer mit teilweise hoch wirksamen giften in ihren nesselzellen wir sehen hier auf dieser zeichnung aus einem biologiefachbuch wie diese nesseln und diese nesselzellen aufgebaut sind denn sozusagen aufgerollt an einer haarpunel die mit gift dotiert ist und in vielen fällen auch einen kleinen kanal hat durch die gift ausgestoßen wird diese zählen besetzen teilweise den körper und bei allen korallen arten die tentakel der korallen und anders als beispielsweise bei 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 nacktschnecken werden diese gifte von den korallen selbst gebildet das heißt sie nehmen sie nicht aus der nahrung auf weil sie selber dagegen immun sind sondern die werden im körper der koralle teilweise auch in den nesselzellen selbst synthetisiert und es handelt sich um hoch wirksame nerven gifte in vielen fällen wir einfach die elektrische reizübertragung an nervenzellen höherer tiere übertragen und das ist ein einzigartiger vorgang wenn diese nesselzellen berührt werden und diese diese harpunen herausgeschleudert wird und das ist derartig bemerkenswert dass ich euch einmal zumute ein paar sätze aus einem biologie lehrbuch dazu vorzulesen keine angst es wird nicht langweilig im gegenteil man muss immer darauf hinweisen dass es sich nicht um science fiction oder kriegsberichterstattung handelt in form ihrer stilett kapseln verfügen knidaria also nesseltiere über miniatur geschosse höchster und schnellster durchschlagskraft auf mechanische reizung des knido ziels das ist besagter kleiner stilettförmiger harpunen mechanismus eines von mikro willi grenzen umstandenen stereoziliums nicht nicht erschrecken das ist diese spiralförmige schleuder form entlädt sich die kapsel explosionsartig innerhalb von drei millisekunden wird der gesamte schlauchförmige inhalt der zyste nach außen geschleudert der tubulus also dieser schlauch durch evagination anschuhfinger artig weg gekrampelt und dann über die ganze länge hinweg ein gift ausgestoßen dass die beute lähmt wie hoch höchst würdigung höchst frequenz aufnahmen mit vier mal zehn hoch minus vier bildern pro sekunde zeigen öffnet sich der kapsel deckel bereits nach einer latenz zeit von zwei millisekunden in weiteren zehn mikrosekunden schießt dann der feilspitzenförmige stilettapparat mit einer beschleunigung von 40.000 g 40.000 facher erdbeschleunigung aus der öffnung hervor und schlägt ein loch in die beute im experiment wurden araldit folien das sind so kunststoff folie mit denen man unter anderem früher auch mal die tische beklebt hat von bis zu zwei mikrometer dicke penetriert und lochsgesagen können die stilette nach außen umgeklappt werden und geben die damit erzeugte öffnung weiter frei das ist chemische kriegsführung auf höchstem niveau und die haben mit sicherheit dazu beigetragen dass diese organismen tatsächlich rund 600 millionen jahre in fast unveränderter form überlebt haben korallen sind soziale greise und sozial weil sie kolonien bilden oder einen korallen stock bilden die aus teilweise millionen einzelner individuen einzelner polypen bestehen können und das in einem aufkommen in einer menge dass wir heute beispielsweise in den alpen und in den dolomiten berge betrachten können die nicht mehr nicht weniger sind als ein einziges altes millionen jahre altes korallenriff aber ich hatte es vorhin schon erwähnt oder darauf angespielt der älteste lebende meeresorganismus der je identifiziert wurde ist eine nahe verwandte der schwarzen koralle die leopatis glaberima die in der tiefsee vorkommt die so um die 4200 jahre alt ist und noch einen aktiven stoffwechsel hat also lebt das ist rekord und zwar mit abstand dann sind korallen geheimnisträger und geheimnisträger oder träger von geheimnissen wir auch heute noch viele biologen zum narren halten denn korallen ich hatte schon angedeutet verfügen über die möglichkeit sich sowohl asexuell oder klonal also mit der direkten weitergabe ihres erbgutes als auch sexuell also getrennt geschlechtlich verschmelzung von von spermium und eizelle zu vermehren das ist in der evolutionsgeschichte eine raffinierte strategie denn wenn sich eine larve irgendwo angesiedelt und erst mal ein paar mal eine knospung durchführt und erst dann anfängt spermien oder eizellen aus gestoßen dann hat sie natürlich oder hat die art eine erheblich größere lebenswahrscheinlichkeit und überlebens- und vermehrungswahrscheinlichkeit einfach aufgrund der höheren zahl der ausgestoßen fortpflanzungszellen und das gilt natürlich insbesondere dann wenn sich die gerade die rift bildenden korallen eben nicht bewegen können wie beispielsweise die anemone daraus folgt dass es von vorteil für das überleben der art ist wenn möglichst viele ei und samenzellen gleichzeitig ausgestoßen werden und dabei ist die ganz ganz große frage natürlich wie man die das woher weiß der karallen korallen stock a der art xy dass 15 meter weiter aber eben nicht nur 15 meter weiter sondern unter umständen stichwort great barrier reef auch 100 kilometer weiter der korallen stock b der art xy ebenfalls fortpflanzungsreif ist wir machen die das über wie gesagt bis zu bis zu hunderte von kilometern ähnliche ähnliche situation bei den atollen auf dem malediven die über über fast 1000 kilometer gestreckt sind die einzelnen inseln geografisch verteilt sind wie machen die das und es hat einen immensen forschungsaufwand gekostet auch wenn noch nicht alle fragen beantwortet sind dies herauszufinden denn zum einen scheint es ein chemisches signal zu geben dass bei den korallen stöcken einer art gleichzeitig die abgabe von vermehrungszellen oder geschlechtszellen auslöst es ist aber auch es ist heute nachgewiesen neben anderen bedingungen die eine rolle spielen können und beeinflussen wird wassertemperatur gezeitenstand wetterbedingungen aber es ist das licht des mondes denn diese korallen blüte findet immer während oder bei einigen arten auch kurz nach vollmond statt und man hat anatomisch tatsächlich foto rezeptoren und entsprechende proteine im stoffwechsel von korallen in den letzten jahren nachgewiesen die in der lage sind diese informationen so zu verarbeiten dass sie den stoffwechsel des organismus koralle auf vermehrung umstellen und das funktioniert erstaunlich gut denn korallen zellen sind für die umgebenden riffbewohner immer ein im doppelten wort so eine gefundenes fressen ganz gelöst ist das rätsel allerdings noch nicht denn tatsächlich findet die korallen vermehrung auch kalendarisch immer zu einer ähnlichen zeit statt und immer wenn ein vollmond mit gezählt werden kann ja das findet also einmal im jahr statt nicht bei jedem vollmond dann kann man zurecht die frage stellen es gibt jahre mit zwölf und es gibt jahre mit 13 mondphasen wie können die das unterscheiden und geben ihre fortpflanzungszellen trotzdem immer anfang august ab das gehört in der tat zu den noch ungelösten rätseln und zu einem ist ein wunderbares beispiel für die fantastische synchronisation dieser organismen mit ihrer umwelt und hier einfach nur kurzes bild übrigens auf der auf der linken seite aus dem lehrbuch zum ssi coral identification kurs so findet die vermehrung statt einmal sexuell mit bildung einer larve einer eigenen larvenform und dann durch knospung auch unten rechts noch mal in der zeichnung dargestellt eines einzelnen polypen dessen zellen sich einfach teilen und der dann einen neuen eigenständigen organismus aus seinem eigenen korpus heraus bildet wie gesagt bei den feuerkorallen ist es sogar so dass die in einer dritten phase quasi auch wie eine larvenform noch eine meduse eine qualle ausbild ja und dann eine der wichtigsten eigenschaften von von korallen die wir manchmal als als gärtner des meeres bezeichnen gärtner warum oder das ist eine ausgefuchste symbiontische lebensweise wie sie kaum ein zweites mal in der biologie nämlich korallen ziehen pflanzen ziehen algen an sich heran die sie ernähren und die symbiontisch also gemeinschaftlich mit ihnen leben mit ihnen sogar stoffwechselprodukte teilen diese kleinen einzelligen alten leben auf und in der koralle sie geben der koralle sogar die farbe wenn diese wenn diese zu xantellen genannten algen absterben dann werden die korallen grau oder weiß da kommen wir gleich noch darauf das stichwort korallen sterben und korallen bleiche und diese winzigen organismen betreiben fotosynthese das ist der grund warum die meisten symbiontischen korallen auch in sehr geringer tiefe gerne leben und in bereichen in denen die sonne mehr scheint als anders so nämlich dass diese alten fotosynthese betreiben können also energiegewinnung und chemische bindung dieser energie aus licht nein es sind algen das wort protesten würde ich in diesem zusammenhang nur anwenden wenn man vorher erklärt dass protesten auch beim thema bakterien und pilzen eine rolle spiel von daher diese symbiontien wie sie manchmal auch genannt werden bilden zucker bilden peptide die der koralle zur verfügung gestellt wird und sie manipulieren in direkter nähe des korallen stockes auch den gehalt an kalk aus dem die koralle im zusammenspiel mit einigen anderen stoffen im meer und anderen mit hydrogen carbonat und calcium carbonat tatsächlich kalk bilden und absondern kann und diesen kalk stock am unteren ende ihres körper bilden kann das heißt hier teilen zwei organismen einmal alge einmal höher entwickelte höher entwickeltes nesseltier stoffwechselprodukte und zwar zum jeweiligen benefit ihres symbiontischen partners die korallen ernähren sich bis zu 50 prozent von diesen zuckern der algen darüber hinaus zwischen sie mit ihren tentakeln in der tat so und phytoplankton zur ernährung aber ohne diese algen würde die koralle verhungern und sie könnte in der tat auch kein kalk skelett und keine kalkabsonderung bilden die so stark wir haben vorhin gesehen die dolomiten und die alpen an der gestaltung der meere der erdoberfläche beteiligt sind vor allen rische ob nun in der erdgeschichte oder rezent also heute sind stark an der erdoberfläche an der ausbildung der erdoberfläche gestaltung der erdoberfläche beteiligt und sie sind die größte durch leben entstandene die größte biogene struktur auf dem planeten erde das ist für das zusammenspiel diese dieser organismen eine ganz entscheidende ganz entscheidende geschichte mit anderen worten die korallen riffel gehören zu den wichtigsten unterwasserlandschaften zu den wichtigsten 0,2 prozent denn so viel oder so wenig ist es wenn man das zusammen nimmt zu den wichtigsten 0,2 prozent des meeresbodens ungefähr bei den gut entwickelten korallenriffen 250.000 quadratkilometer aber in diesen 250.000 quadratkilometern leben ein drittel aller bisher bekannten und validierten marinenarten und mehr als 25 prozent der bekannten meeresfische nicht ihr ganzes leben lang manchmal nur als jungtier als juvenil form aber da sieht man was diese relativ kleine gesamtfläche für eine enorme ökologische und biologische bedeutung hat die europäischen korallenriffe und die lebensgemeinschaften dort gehören zu den produktivsten und komplexesten ökosystemen der erde und sind der lebensraum von irgendwas zwischen einer halben millionen und zwei millionen rezenten arten also arten die heute im meer vorkommen die produzieren mehr biomasse pro jahr als sämtliche anderen ökotope im meer und liegen mit bis zu zwölf kilogramm biomasse pro quadratmeter gleichauf mit den regenwäldern und mit den intakten moorlandschaften sofern ist die im subtropischen bereich überhaupt noch heute gibt es wie schon erwähnt nur noch zwei ordnungen die als als erbauer von korallenriffen bekannt sind aber diese leitorganismen sorgen für eine heimat von hunderttausenden verschiedener einzeln zum beispiel den kalkalgen für spämmer für muscheln auch große muscheln die mörder muschel tridakna gigas kommt fast ausschließlich in korallenriffen vor kaltbildende schnecken auch festsitzende schnecken die wurmschnecken die kalkgehäuse bilden aber all dies würde ohne den leitorganismus koralle nicht stattfinden und auch die nahrungsversorgung unter anderem von uns menschen würde ohne koralle korallenriffe relativ bald zusammenbrechen die bekanntesten korallenriffe und diese lebensgemeinschaften sind unter anderem die atolle der malediven und lakadiven und andamanen und das great barrier reef australien ja also korallen benötigen und nicht nur die korallen sondern eben gerade auch die zooxantellen ihre symbionten benötigen warmes wasser warmes nährstoffarmes wasser und man hat lange 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 geglaubt dass solche korallenriffe eigentlich nur wirklich in geringer tiefe auch wegen des lichteinfalls und dieses dieses diese dieser symbiontischen existenz mit den algen stattfinden kann war so viel licht und warmes wasser ist und hat sehr überrascht festgestellt dass ich die gelassen insbesondere der der antozor und hydrozor aber auch in ganz anderen bereichen das meeres bewegen nämlich in bis zu 1000 meter tief also in der tiefsee und die funktionieren nicht bei warmem sondern funktionieren bei kaltem wasser bei vier bis zwölf grad das röstriff am rande des des kontinentalschälfs vor den lofoten ist ein riesiges rift dass den vergleich mit dem great barrier nicht so richtig scheuen muss es ist auch noch nicht komplett in seiner ausdehnung festgelegt und erforscht und dort leben allerdings ohne ihre symbiontischen partner die algen dort leben korallen und bilden auch in der tiefsee eine solche rift gemeinschaft die biochemischen vorgänge mit denen auch dort eine kalt abscheidung stattfindet sind noch nicht komplett erforscht dazu kann ich von daher wenig sagen aber diese organismen haben nicht nur das meer in geringer tiefe erobert sondern eben ganz offenbar über zumindest die tausend oberen tausend meter der wassersäule nennen ökosystem korallenriff kurz zu beschreiben ist eigentlich unmöglich einfach weil es extrem komplex ist und weil sein funktionieren von unzähligen ineinander greifenden biologischen faktoren abhängt aber in einer groben beschreibung des ökosystems kann man sagen es die das nahrungsquelle es dient als jagdrevier es dient als habitat als wohnraum es dient als versteck als kinderstube und putzer station und entsteht überhaupt erst in dieser wechselwirkung von tausenden und hunderttausenden organismen die aber alle davon abhängig sind dass korallen ihnen diese lebensumgebung schaffen also ökologisch eines der wichtigsten aber auch zerbrechlichsten systeme wie sind die entstanden ja also habe ich eben schon gesagt schön die teilen kalk ab die bilden einen kalkfuß mit dem sie sich an einer oberfläche oder auch an anderen teilweise abgestorbenen korallen anheften und so immer weiter wachsen aber wie kommt es dazu und auch bei der entdeckung dieses mechanismus spielt der charles darwin eine ganz ganz große rolle der ist nämlich bei einer reise durch südamerika auf und er wird über wirklich ein exzellenter biologe auch exzellenter aus silienkunde und der ist bei seinen spaziergängen auf organismen oder kalk skelette von organismen gestoßen die er ein eindeutig als erstes war meeresorganismen er hat nicht nur korallen gefunden auch muscheln und becken gehäuse aber eben auch korallen skelette gefunden hat auf drei bis vier tausend meter höhe woraus er ein messer scharf geschlossen hat das zum einen sich die erdoberfläche geologisch verändert das hat auch einen einfluss gehabt auf die entstehung der kontinentaldriff theorie von alfred wegner von dem wir heute wissen dass keine theorie ist sondern die reine geologische wahrheit und dass sich möglicherweise durch absenkung aber auch durch erhöhung von ehemaligen meeresoberflächen geologische gebilde bilden können die dem wachstum von korallen nicht nur dienen sondern die sozusagen in ihrer gesamtform durch die korallen mitgestaltet werden da gibt es die saumriffe das heißt an der küste eines kontinents oder einer inselgruppe wachsen korallen sogenannte weilriffe oder saumriffe und denen zumindest unter wasser die form dieses dieser landmasse immer weiter aus indem sie über jahre jahrtausende jahrmillionen immer weiter wachsen und zwar ins wasser hinein wachsen dann gibt es den fall dass diese saumriffe so weit ausgedehnt sind dass übrigens auch durch den ausgewaschenen die ausgewaschenen struktur von korallen skeletten nämlich im wahrsten sinne des wortes kalksand dass ich eigene tolle bilden eigene dünen bilden aus denen wiederum inseln entstehen die maledien sind davon ganz stark geprägt dass innerhalb der atolle teilweise kleine inseln ja die berühmte one palm island ein sandhäufchen in der lagune mit einer palme drauf das ist nicht mehr und nicht weniger als korallensand kalksilizium gemischt dass sich vor allem aus abgestorbenen korallen erschließt und von den wellen und vom meer zermahlen worden ist und das hat in der tat charles darwin so das erste mal beschrieben oder damals vermutet und zu den atollen kommt noch hinzu dass hier alte vulkanische aktivitäten alte vulkan kegel durch die geologische bewegung sich abgesenkt haben teilweise bis zu zwei kilometern tief aber dass die korallen diese absenkt bewegung kompensiert oder sogar über kompensiert haben die sind im wahrsten sinne des wortes gegen die absenkung angewachsen und haben dann solche reformen wie unten in der untersten zeichnung und rechts auf dem auf dem nava foto zu sehen solche atolle gebildet das sind biogene strukturen das sind keine geologische strukturen und leider sind diese biogenen strukturen und die sie bildenden organismen heute massiv bedroht das heißt nicht dass korallen nicht auch schon vorher wunderbar als beute oder als opfer von krankheiten betrachtet wurden also die eine der großen plagen der korallenriffe heute die die white pox die weißen korallenpocken der erreger stammt vermutlich aus menschlichen abwässern ist es aber noch nicht ganz klar dass black band disease die schwarzband krankheit die die ist vermutlich schon deutlich älter da hat der mensch erstmal nichts mit zu tun papageien fische übrigens auch auf la palma sind sind fressfeinde und ganz besonders der berühmte dronen seestern dornen kronen seestern oder auch manchmal verkürzende dornenkrone genannt akantaster planke der tatsächlich ein auf korallenpolypen spezialisierte jäger ist das sind historische feinde der korallen wobei man sagen muss dass akantaster planke durch menschen induzierte bedingungen teilweise zur plage für korallenriffe wird er kann ganze ganze landstriche unter wasser leer fressen ein tipp über alle taucher die in tropischen korallenriffe tauchen es wird immer noch erzählt dass man die dornenkrone abstechen soll und damit die korallen schützt das ist nicht richtig ihr tötet damit zwar einen argen fressfeind der korallen aber durch das abstechen mit dem tauchermesser kann es passieren dass tausende von reifen eiern freigesetzt werden und ihr aus dem einen fressfeind innerhalb kürzester zeit tausende von fressfeinden fressfeinden gemacht hat die dornenkrone hat auch natürliche feinde und die fressen sie mit den eiern oder gerade sogar wegen der eier also von daher die bitte das nicht mehr zu tun und den tipps voll nicht vollständig informierter tauchlehrer in der hinsicht nicht zu folgen gefährlicher für die für den bestand der korallenriffe sind aber amiotische faktoren für die leider meistens wie menschen verantwortlich sagt nämlich verschlechterung der wasserqualität müll plastik das macht macht verdunkelt korallen plastik dass ich in den in den korallen verästelungen verfängen führt bei wellenbewegung zum abbrechen derselben die versauerung des ozeans natürlich die fischerei wenn jemand mit schleppnetzen oder dynamit oder zürnit in die korallenriffe reingeht um fische zu erlegen dann erklärt sich von selbst dass es mit massiven rückgang der der deswegen des gesamten lebensdorf verbunden ist aber es gibt ein phänomen dass tatsächlich korallen im ganzen in ihrer gesamten biologischen existenz bedroht und die gesamten lebensräume drohen auch das ist relativ einzigartig ihr habt das persönlich mal auf dem malediven in der ende ende der 90er erlebt eines der ersten großen hier geld markiert unterhalb von von indischen kontinent das tatsächlich binnen weniger monate teilweise weniger wochen aus einem quick lebendigen bunten korallenriff eine weißgräuliche unterwasserwüste wird und man hat das lange zeit auch für einen biotischen faktor gehalten also für einen für einen natürlichen prozess was es teilweise auch ist korallen können genauso sterben wie andere organismen auch aber die enorme dichte und die enorme häufigkeit dieses koralbleaching vorkommens das ist menschengemacht das sind wir warum zum einen das thema klimawandel das in aller munde ist je höher die wassertemperatur wird gerade im tropischen bereich desto eher die gefahren dass korallenriffe auch in großer ausbreitung absterben weil diese symbiontischen algen diese zu xantellen einen stoffwechsel haben der oberhalb von 30 32 grad schlicht und einfach kollabiert die sterben ab was wiederum bedeutet dass die korallen nicht nur ihre farbe sondern ihren lebenspartner verlieren ich will das mal etwas vermenschlicht ausdrücken weil sie keine nährstoffe mehr zur verfügung gestellt bekommen beziehungsweise die verteilung des substrats kalk im umgebenden meerwasser nicht mehr reguliert werden und dann gehen auf diese einladenden strukturen sofort ein und mehrzellige algen darauf andere arten natürlich als die zogsantellen und überwachsen die restlichen noch lebenden polypen korallen polypen die im riff vorhanden sind das ist der eine faktor der andere faktor ist die systematische versauerung des ozeans denn das co2 von dem wir im hinblick auf den klimawandel und die erderwärmung ständig reden hat noch eine andere eigenschaft wenn es im meer landet dieses co2 wird im zusammenspiel mit hydrogen carbonat wie kohlensäure das heißt das wasser wird sauer der ph-werte niedriger und das bedeutet dass zum einen das calcium carbonat das feighaltige carbonat was im meerwasser vorhanden ist gelöst und anders gebunden wird das bedeutet dass nicht nur korallen sondern auch muscheln schnecken zooplankton die kieselalgen und viele andere organismen entweder keine oder zumindest instabilere dünnere schwächere kalkskalen und und skelette aufbauen können das bedeutet in der konsequenz dass es kleine organismen gibt weniger organismen gibt und dass der energieaufwand der zur kalk skelett oder kalkschalen bildung betrieben werden muss deutlich höher ist das heißt wir haben zum einen die bedrohung durch die erhöhte wassertemperatur zum anderen die bedrohung durch mehr säure ich drücke es mal ganz einfach aus im wasser so dass wir eben leider sagen müssen dass die schönsten tauchgründe in hohem maße bedroht sind im moment etwa 58 prozent der weltweiten korallenriffe reale sind durch diese faktoren die ich eben genannt habe bedroht und akut gefährdet beziehungsweise wir haben im moment in der karibik so ein vorgang auch über viele quadratkilometer schon vollständig hinüber rund 30 prozent der korallenriffe die wir kennen die wir aus dem letzten jahrhundert letzten zwei jahrhunderten kennengelernt haben sie gelten bereits als verloren ein drittel von den 750 riff bildenden arten stehen über 230 arten auf der roten liste der iocn beziehungsweise konkrete des der ziehtes liste des washingtoner artenschutz kommen abkommens und sind entschuldigung entweder stark gefährdet oder akut vom aussterben bedroht und die weiteren 280 arten sind als potenziell gefährdet eingestuft man muss kein großer mathematiker sein um festzustellen dass damit rund zwei drittel aller arten einen gefährdungsstatus haben und wir über keine methode verfügen diesen gefährdungsstatus durch veränderungen der umweltbedingungen schnell zu ändern es gibt und das ist sicherlich interessant auch deutsche forscher da eine ganz entscheidende rolle spielen es gibt versuche moralen wachstum künstlich zu fördern korallen zu schützen ihnen sogar einen neuen lebensraum zu schaffen und lücken in einem korallenriff zu schließen gibt es die berühmten bei rocks das sind stahl geflechtet in verschiedensten formen die kann man tatsächlich auch sowieso felsen zusammenbinden zusammen flechten durch den schwacher elektrischer strom geleitet wird dadurch ändert sich die versauerungsreaktion um und die bildung von kalziumkarbonat das vorher realisiert wurde das aufgelöst wurde wird wieder gefördert und zwar insbesondere in der unmittelbaren nähe dieser stahlgeflechte das ist für das wachstum oder die neu ansiedlung von korallen und korallen larven ideal gab es in mexiko versuche beispielsweise bestimmte mit antibiotika und anderen substanzen dotierte organismen an die korallen heranzubringen um beispielsweise den krankheitsbefall zu verhindern man hat versucht hitzeresistente zogsantellen auszusiedeln in der hoffnung dass die in die korallen hineingehen und in die korallen stöcke hineingehen die dann eben nicht bei 30 grad sondern vielleicht erst bei höheren temperaturen von 32 33 34 grad ihren stoffwechsel einstellen all dieses hat mal mehr mal weniger erfolg mit den bayer rocks kann man wie gesagt sturm schäden und kleinflächige schäden an korallen rufen reparieren auch sehr gut aber es sind natürlich eine absolute illusion strukturen wie ein maledivisches atoll oder ein größeren teil des great barrier reef mit solchen maßnahmen zu reparieren oder zu ersetzen es gibt derzeit keine funktionierende methode die eine solche großflächige rettung und reparatur von riffen möglich machen würde das wäre auch wirtschaftlich nicht finanzierbar womit ich bei meinem lieblingssystem bei meinem lieblings nicht system entschuldigung sondern bei meinem lieblings thema bin nämlich leben des menschen im antropozän und die rolle des menschen des homo sapiens wir haben auf diesem planeten leben in einem streifen von rund 20 kilometer vertikal zehn kilometer nach oben zehn kilometer nach unten mal mehr mal weniger aber das ist der lebensraum dieses planeten in dem seit zweieinhalb milliarden jahren leben entsteht entstanden ist und sich weiter differenziert und entwickelt und wir können seit etwa 250 jahren einigermaßen systematisch sagen wie dieses leben funktioniert finden immer noch dinge die uns überraschen und in ihrer präzision und in ihrem zusammenspiel faszinieren korallen sind da sicherlich das thema und von allen formen des lebens sind uns irgendwas zwischen 5 und 15 prozent bekannt mehr ist es nicht die großen die großen und hochentwickelten tier und pflanzenarten kennen wir sicherlich schon zu großen teilen aber von den anderen auch in unwirtlicheren regionen ist uns kaum was bekannt und die einzelnen formen des zusammenspiels die mutualismen die symbiosen in diesem system leben wie sie sich im korallenriff so klar zeigen da kennen wir einen winzigen bruchteil und können ihnen genau benennen also genau im sinne von biologisch phänotypisch bis hin zur biochemie und bei den korallen ist bereits ein drittel dieser ökosysteme vernichtet das ist keine gute nachricht weswegen ich zum schluss einfach noch zwei dinge sagen möchte die dem korallen schutz und zwar insbesondere dem korallen schutz durch taucher dienen und hier eine 1 leid der wetter und ozean organisation der usa und die empfehlung muss ich glaube ich erfahrenen tauchern nicht wieder herbeten seit austariert wenn ihr taucht fast nichts an und ihr wisst was das ist kauft keine souvenirs die aus korallen gemacht sind oder überhaupt aus mehreren orga meeresorganismen gemacht sind all dieses sind empfehlungen die so oder so ähnliche auch von den großen verbänden gegeben werden beziehungsweise zum kodex für verantwortliches tauchen gehören unter anderem bei ssi im blue oceans programm es gibt einen punkt der sich in der forschung in den letzten jahren immer weiter herauskristallisiert hat und den ich ganz interessant finde und den man sehr sinnstiftend und hilfsbringend auch für sich persönlich anwenden kann das ist nämlich das thema sonnenschutz und sonnenschutz während des strandaufenthalts und form ins wasser gehen und da muss man sagen dass bestimmte ingredienzien des chemischen sonnenschutzes bei sonnencreme sonnensprays tatsächlich in sehr großen schaden verursachen können erst recht wenn man an oder in korallenriffen taucht und deswegen ist es äußerst sinnvoll nicht nur für korallen auch für andere meeres tiere zu schauen ob die sonnencreme oder sonnenmilch noch inhaltsstoffe hat wie titandioxid zinkoxid oder oxybenzone also auch ihre ihre derivate oxybenzoat beispielsweise ein fast wasser unlöslicher stoff der sich aber in organismen stark anreichert und titandioxid und zinkoxid lösen gerade bei korallen eine bleiche aus beziehungsweise tragen zur ausbleichung bei auch was sie einen erheblichen negativen impact auf den stoffwechsel der zogsantellen haben also verantwortliche taucher versuchen solche sonnenmilch zu vermeiden und wenn ihr noch welche im schrank habt benutzt sie bitte zumindest dann nicht wenn ihr ins wasser geht ob mit oder ohne das ist ein aktiver beitrag zum schutz des marinen lebens und damit bleibt mir nur noch mich für die aufmerksamkeit zu bedanken ich habe eben gesehen dass es im chat zwei drei beiträge gibt ich gehe da gleich darauf ein wenn ich sie auch lesen kann denn im teil modus kann ich den chat nur unvollständig verfolgen auf meinem bildschirm ich nehme da gern gleich noch zur stellung natürlich auch wenn noch irgendwelche anderen fragen sind für diejenigen die das thema weiter interessiert hier ein paar tipps zu biologischen fachbüchern auch kultur geschichtlichen fachbüchern juta person korallen wunderschönes buch das nicht so sehr sich mit der biologie der korallen auseinandersetzt sondern mit ihrer rolle in der kultur geschichte des menschen und die entsprechenden portale und webpages unter anderem ganz unten biota die webpage die versucht das gesamte biologische leben auf den kanarischen inseln zu systematisieren und darzustellen wunderbare informationsquellen wen es interessiert dem seien diese weiter empfohlen wie gesagt erst mal ganz herzlichen dank wen es interessiert das weiter zu vertiefen der kann sich in den entsprechenden im entsprechenden kursangebot natürlich nur weiterbilden und damit gebe ich zurück an vero